Stadtmagazin TV Termine Der junge Stargeiger Roman Kim kommt am 30. September nach Bad Segeberg in den Bürgersaal des Rathauses. Er gehört zu den faszinierendsten Solisten der jüngsten Generation. Tanzen und Schunkeln im Oktoberfestzelt können Bayernfreunde am 1. Oktober bei Möbel Kraft in Bad Segeberg. Literatur und Jazzmusikinteressierte treffen sich am Mittwoch, den 1. Oktober um 19 Uhr im Bürgerhaus Kaltenkirchen zu Tucholsky trifft Jazz. Rainer Bublitz & Band wird am 1. Oktober das Eröffnungskonzert im Kuhstall in Kleinkummerfeld geben. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.